Und vom Virus zum OBK-Radio. Wir übernehmen die ganze Sache. Yeah, feindliche Übernahme! Pew, pew, pew! Batsch, ja! Zerraaah! Huckst! Mäau! Sind Sie bereit? Bähääh! Bühnerhumor! Okay, wir kommen zu den aktuellen Tagesgeschehen, meine Damen und Herren. Wir haben uns jetzt durch die Presse gewöhlt und wir haben sehr interessante News gefunden. Zum Beispiel in einer Fachzeitschrift Deutschlands zur Musikindustrie namens Bravo haben wir herausgefunden. Eine liebe Sensation bahn sich an. Das Monroes-Meitli Mandy liebt Gangster-Rapper-Transe KG1. Unglaubliche Sache. Ob Bushido hier mitgemischelt hat, zusammen mit Martina C aus L, wissen wir nicht. Aber sie haben ihren Liebesurlaub nach Paris schon gewohnt. Ja, das war die erfolgreichste Emo-Rock-Gruppe von Gegenwart in der Schweiz mit Ostblokoboben. Und wir haben uns Gäste eingeladen hier ins Studio. Und zwar haben wir hier bei uns den Ascher und den Young Jeezy. Yeah! Was läuft bei euch? Ascher, was geht bei dir? Nicht viel, okay. Was geht beim Young Jeezy? Yeah! Und was geht beim Ascher? Ah, okay. Gut, das ist das Michael Jackson-Syndrom, sich da auszubreiten scheint, gehen wir. Yeah man, der Sean Kingston war lustig als ein Brackenklon aus Miami. Er ist dick und kann nicht singen, aber trotzdem erfolgreich. Fetter Respekt für das. Das hat der Bubu nicht hergekriegt, der ist nämlich nicht einmal dick. Und am 23. Mai und uns ein wundervolles Album, Ostblokobo, America is back. Yeah! Wir sind es wieder oben, eure Lieblingsmoderatoren. Das war Miss-Tick. Ist das eigentlich ein Wort wie Miss-Tick? Ist die hässlich und dick? Und so, Miss-Tick. Ich glaube, es kommt von dem her, oder? Das ist ein uhrore X-Men-Fan. Wir haben jetzt euch eine Stunde lang euer Leben versöst mit Honig in den Ohren. Und jetzt ist eigentlich für uns schon Zeit zum Abstand nehmen. Ich möchte an dieser Stelle einfach die Hymne von Salzitz-Goniva anstimmen, weil jemand von der Tunde so. Mhhh, an der Aare sind wir daheim. Yeah! Zwischen Ghetto und Mühliplatz. In der Hut. In der Hut. In der Hut, in der Hut. Greis 2. Kauft ihr neuer Salon. 24. Mai. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. Freitag. Freitag. Samstag. Zürich. Hey, tschüss. Hey, tschüss. Was macht ihr denn da für ein Gring? Das wir gehen jetzt ein bisschen mit der Kuhls am Arsch inzeln. Hey, Kuhl so für die Vollscheiße. Ihr fangt an mich zu frotten. Hahaha. 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 H� Jakob. Hm.